Liebe Deutschlernende, auf dieser Grammatiktafel behandeln wir den Satzbau beim Aussagesatz, beim Fragesatz und bei der Entscheidungsfrage, also Ja, Nein, Antwort. Kommen wir zum Aussagesatz. Europa ist ein Kontinent. Herr Schmidt ist der Lehrer. Das Verb, das Prädikat steht an Position, auf Position 2. Zum Fragesatz. Was ist Europa? Was ist Herr Schmidt? Jetzt geht das Fragewort, das Fragepronomen an die Position 1. Das Prädikat bleibt auf der Position 2. Zur Entscheidungsfrage. Ist Europa ein Kontinent? Ist Herr Schmidt der Lehrer? Die Antwort, Ja oder Nein? Ja, Europa ist ein Kontinent. Ja, Herr Schmidt ist der Lehrer. Oder die Negation, Nein, Europa ist keine Stadt. Nein, Herr Baker ist nicht der Lehrer. Also Ja und Nein beanspruchen keine Satzposition. Sie werden durch ein Komma getrennt. Das Verb, wichtig, die Stellung des Verbs. Das Prädikat steht immer an zweiter Position. Dankeschön.